So, wir brauchen Bögen. Wow, Feuerball nicht gut. So, jetzt brauchen wir Phantomen. Wir brauchen Buffs. Hey, schau es mit dem. So. Ich brauche etwas stärker. Ich wäre glücklich. Okay, aus dem seine Reichweite humpeln würde ich klappen. Gut. Jetzt müssen erstmal die drauf gehen, weil die machen zu viel Damage sonst. Okay, der Plünderer Division ist noch im Weg. Äh, mehr Zeug. Schuss. Hallo, ich brauche dir das Ding mal. Ich brauche das Ding mal. Hmm. Ich kann nicht mehr so machen. Ich brauche das Ding mal. Ich habe da so eine Vermutung, wie ich den Kampf hätte einfacher hinkriegen können. Lass uns mal diese Vermutung überprüfen. Dafür müssen wir halt noch mal ... Ja, ich habe gedacht, ich wäre klug, aber in Wirklichkeit war ich sehr, sehr doof. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich diese ... Tentakelgesch- also diese Strahlengeschichte unterbinden kann. Da sind wir, Freund. Öffne ... Es scheint, dass ich Angst habe, dass wir, dass ich, dass ich dir nicht ermögliche, die Kommunikation zu ermöglichen. Die Vereinigung, sein Lächeln erinnert an ein ... Hat er sich ans Feuer gehalten, zusammenrollt, die Vereinigung ... Ja, ja ... Lassen wir Fionleg mal machen. Ja, ja ... Kennen wir alles. Gut. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF okay nein okay scheiße ich habe das gefühl er ist jetzt stärker als vorher ich habe nämlich gedacht wenn ich diese dinger zerstören dass ich dadurch ihn unterbrechen kann mit seinen todeslasern aber die todeslaser sind ja trotzdem aktiv ist und scheiße jetzt habe ich wirklich das gefühl dass er stärker ist als vorher wir können es aber gern nochmal ausprobieren ja 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 also ja ich habe so wirklich das gefühl er macht mehr schaden ich habe also jetzt umsatz zeit vergeudet jetzt war ich wirklich doof also dürfen wir mit alof noch mal alles sprengen ich hätte ich hätte ein safe machen soll ich hätte einfach irgendeinen safe machen sollen soweit das macht eigentlich schon recht guten schaden jetzt habe ich die maske übrigens die darfst du anziehen ja du siehst du siehst da aus nur keine zysten verletzten ich will see what i can find das ist okay der hat leider nicht so viel abgekriegt abgekriegt das war jetzt vielleicht zu nah nee das sollte weit genug sein um ihn nicht zu treffen so so das war das war das war das war okay der hat schwer beschädigt noch überlebt also beinahe zerstört noch überlebt das war das war das war das war das war nach das war das war das war das war Oh, das war scheiße. Okay, he gets... Das ist halt echt kacke, dass... Du hast keine Beschwörungssachen, du auch nicht, aber du hast... Ein Höllenhund. Kann der Lesser endlich mal aufhören? Hedea, kannst du das Ding mal umschmeißen? Ja. 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 Ja.